Die Stadt haben mit Leib und Seele. Klingt das Leben, Kitschirch? Nein, genau, dass man das verraten kommt. Unser Unternehmen ist ausgerichtet auf Begleitung. Jeder Verstorbener hat ja seine Geschichte und die möchten wir gerne erzählen. Zu uns ist wieder willkommen. Also jeder Trauernde, der einen lieben Menschen verloren hat, ganz gleich, ob wir die Gestaltung vollzogen haben. Und weil wir wirklich das Gefühl haben, hier können wir helfen. Darf man das sagen? Die Trauerfeier war schön, ne? Das ist ein Schleswig-Holstein. Wir feiern ja ein ganzes Leben. Und dieser Abschied darf schon feierlich und festlich sein. Ich höre an diesem Beruf, dass man Leuten helfen kann. Genau darauf kommt es an, mitfühlen, dass du dich auch an die Menschen reindenken kannst. Wenn andere Leute uns sagen, hey, bei euch steht echt das Menschliche im Vorhinein. Und dann weiß ich, dass das, was wir tun, dass es richtig ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal.